Trainer, lalala, wir müssen erstmal irgendwas abschalten natürlich, wir gucken mal ganz kurz hier rein. So, hier ist nix. Licht, Licht ist gut. Ein Telefon, wie noch immer wir anrufen könnten. Mein Filtration Unit ist gut. Ich habe es ausgedeckt und verpasst die Filters. Ich habe es zurück, um sicherzustellen. Die Reden sind ein bisschen hoch. Aber Frank sagt, dass es nicht mehr zu verpasst. Wahrscheinlich auch. Ich bin über die Stock-Level der Filters für die Main-Unit. Wir werden durch sie viel schneller, als Speck sagt. Es ist ein höherer Outdoor-Rad als erwartet. Frank sagt, dass er ein Wort mit Bishop über die Stock-Level über die Stock-Level. Und die Back-Up länger. Die Back-Up länger. Achso. Ok. Ich lasse das mal vorlesen. Weil ich finde, das gehört dazu. Da oben die... Ah, das alte Keyboard mit den alten Pfeiltasten. Um Gottes Willen. Obwohl, die sind heute immer noch genauso. Nur die noch nicht. Ach schön. Ist wahrscheinlich eine Amstrad. Ernsthaft? Die haben hier jeden alten Rechner über ihn gestellt. Jeden alten Rechner. Es fehlt noch ein Aprikot. Wir hatten früher so einen alten Aprikot im Keller. Fall detected. Main-Air-Filtration-System. Status active. Filter-Effekte für 71%. Filter broken or obstructed. Replace immediately. Mhm. Disconnect Pressure at Main-Walve before continuing. Gut, das müssen wir machen. Vorher kann man nicht durch die Dampfwolke. Ok, ok, ok. Wie komme ich hier wieder raus? Wie komme ich... Hier. Mit Return wird der ganze Rechner bedient. Das ist ganz gut. Die Schublade können wir... Oh, was ist das denn? Oh. Ist da irgendwas drin? Ein weiterer Freund. Der hat seine Spielzeuge überall verteilt. Ange-Mir. Fixes all the problems down in the scary levels. Drei Spielzeuge haben wir jetzt gefunden. Und hier Accident Book. Accident Report. Date 12. August 92. 1910. Filed by F Hurley. Run scheduled test to backup filtration unit. Rad-Levels way too high on output. Over 500 rem. Red lights across the board. Thought it was a duff filter. Tried a new one. Same. Sacrificed a Geiger. Stuck it on a rod and ran it round inside the casing. We got contaminated dust clogging the lower X duct. God knows how it got in. Might be a hairline. Or maybe the filter just couldn't cope with the levels being so much higher than we expected. This is really, really bad. Without taking this apart, cleaning, reseating and dingy contaminating the whole thing. It's useless. We have no backup air filtration system. But I can't see how we can do it. We don't have a clean space to do this anymore. The bishop just shrug pretty much. Keep it quiet Frank. You only worry people. For fuck's sake. What else isn't he telling us? So. We have no backup air filtration system. We have no backup air filtration system. So. Können wir das zumachen? Ähm. Ähm, ich würd gern die anderen Schubladen auch noch öffnen, aber ich glaub, das geht nicht. Nein, es geht nicht. Okay. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir hier mal was tun. Captain! Captain, wir verlieren Energie! Die Hauptdeflektoren sind ausgefallen! So, was muss ich machen? Achso. Warte, 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 warte! So. Okay, das kann jetzt auch nicht gut sein. Ähm. Ja, ja, ja. Ähm. Ich bin kein Experte, aber ich hab Metro gespielt. Fehlt bei der Gasmaske bei ihm nicht vorne noch dieses Ding, die man immer austauschen muss? Der Filter ist das, ne? Kann es sein, dass er bei ihm vorne komplett fehlt? Den hat er gar nicht drauf. Aber okay, wir übersehen das einfach. Das sieht nicht so gut aus, ehrlich gesagt. Hier oben... Können wir nichts öffnen? Hier fehlt definitiv ein Foto. Hier muss ein Foto rein. Okay. In Reihenfolge. Okay. Alles durchgeschmort. Ich glaube, das sind das die Filter. Ich glaube, die sind komplett im Arsch, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. So, mach ich mal auf. Und was ist mit dem anderen Ding? Wir gucken mal kurz rein. Was ist denn hier mit? Hä? Wie? Ich habe das bereits getan. Hier ist noch ein Zweiter! Da ist noch ein Zweiter! Guck den Zweiten auch an! Okay. Wir müssen uns wahrscheinlich eine Reihenfolge machen. Haben wir hier Ersatzdasein zu Ersatzdinger? Ich dachte, wir haben keine... Na gut, ist egal. Komm, wir nehmen den. Ich frage mich, warum die durchgebrannt sind. So. Hier rein. Und jetzt einmal kurz da rein. Das ist mit dem Zweiten Filter! Ich muss die Pressure-Valve wieder aufrufen. Ja, ja. Das wissen wir natürlich. Das musst du uns natürlich nicht sagen. Und dann hat der kleine Junge nämlich was ganz Großes geleistet. Kann man mal ganz ehrlich sagen. So. Und hier, äh, back on. Hallo? Hallo? Kann ich da jetzt nicht wieder hinklicken? Sein Atmen ist... Achso, sein Atmen ist ja intim. Oh, oh. Ah. Ah. Wow. Da hat der kleine Junge was ganz Großes geleistet. Arbeiten mit Profis. He's coming! Hurry, hurry, hurry! No! Junge. Junge, Junge! Junge! Junge. Ich frage mich, naja, warte. Kurz nach oben schleppen. Hat er unten aber alles wieder angemacht? Hat er unten... Ist er jetzt einfach rausgelaufen? Und weiter nach oben komm schon. Das wirst du aushalten müssen. Ich hoffe, der hat unten... Meine Vermutung ist, dass er tatsächlich keinen Filter drin hat in der Maske. Und deswegen die ganze Radiation abbekommen hat. Ich bin mir nicht sicher. Und deswegen auf den Leiter gefallen ist. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Erstmal atmen. Regelmäßig atmen. Wir dürfen nicht vergessen, ich glaube, der Junge ist ja quasi in dieser Vault aufgewachsen. Und ich glaube, der hat ja noch nie irgendwelche großartigen Probleme selber bewältigen müssen. Geschweige denn, ein Bruch oder irgendwas in der Richtung. Okay, richten wir das Ganze mal. Ich glaube, der wäre eine Real War. Ich weiß, Bishop sagt, wir sind hier sicher, aber ehrlich, George, du glaubst ihn? Ich bin sorry. No, don't worry, wir haben alle sehr viel Druck. Margaret, wo ist der Lindane? Auf der Top-Left. Was? Du und Evelyn haben es für Mrs. Harrison. Ja, aber da waren zwei unopendte Bottles da, auf dem Monday. Wir müssen auf dem Top-Left haben. Wir können nicht... Was ist es? Nein, es geht nicht. Oh wei. Okay, das Ointment, das Lindane Outment. Ich weiß nicht, ob es das Richtige ist. Das hatten wir oben. Ansonsten ist da Lindane. Du musst es versuchen, Junge. Du musst es versuchen. Wir wurden gerade nicht umsonst darauf hingewiesen. Verdammt, Jim. Ich bin Mediziner und kein Arzt. So, Lindane ist verpflichtet. Erstmal lesen. Lies und Scabies. Du musst nicht die Mediziner an die Gesichter, die ich weiß nicht, die Maus. Flaschen mit Wasser. Du musst nicht die Lindane aufbauen oder Wurzeln. Okay, also das sollten wir nicht nehmen. Wie wäre es denn? Wir können aber nur das Lindane... Hallo? Hier. Das, genau. Sehr gut. Erstmal Schienen. Dann kann der Knochen wieder zusammenwachsen. Achso. Entschuldigung. Ehrlich gesagt, ich hätte vielleicht noch ein bisschen Alk drüber gegossen. Ich hätte gerne ein bisschen Alk drüber gegossen. Oh, vielleicht soll ich auch mit denen hier machen. ... ... ... ... Mann! Irgendwie kann ich hier hingucken. Hätten wir vorher noch was drüber gießen können? Habe ich vergessen was drüber zu gießen, aber da war nichts anderes. Im Schrank war nichts anderes. Alter. Das war doch klar. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Okay, wir müssen dringend durch den Fluchttunnel. Ich weiß natürlich nicht genau, wo der war. Nicht lange nachdenken. Und ich glaube, jetzt müssen wir, jetzt müssen wir Errungenschaft freigeschalten, broken, jetzt kommt Irradiation und ich glaube, wir müssen jetzt irgendwie runter in Level 5 und dann versuchen aus dem Bunker zu fliehen. Oh, oh. Nein! Keep your damn... Jan! What are you doing? You're supposed to stay... Don't we don't be dead. I was just exploring. Oh, Jan. I want that door sealed shut immediately. For Christ's sake, Margaret. Keep your little shit in his quarters before he explores the wrong place and gets us all killed. Als Maul, du Wichser. See you at the door immediately! Ich frage mich gerade, ob das jemand von draußen war. Okay. Hier kann man eh nix machen. Wir gucken mal kurz hier. Ich wollte durch so ein Fenster... Ich wollte eigentlich durchs Fenster gucken. Ich wollte erstmal gucken, was dahinter überhaupt ist. Ich wollte erstmal gucken, was dahinter überhaupt ist. Deine